In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie die App Ausschneiden und Skizzieren funktioniert. Die machen wir aber erstmal zu und wir starten hier im Word. Eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie komme ich in das Schriftartenmenü. Ich klicke hier auf die Optionsschaltfläche und hier geht das Schriftartenmenü auf. Gut. Ich habe hier auch schon was vorbereitet mit einer Tabelle. Drei Spalten. Die Kopfzeile habe ich ein bisschen grau schattiert, damit sie sich abhebt von den anderen Zeilen. Und zwar einmal eine Nummerierung, dann die Bilderklärung und die Erklärung. Und ich nummeriere das Ganze durch. So. Erster Schritt ist Word starten. Da könnte ich jetzt die Word-Schaltfläche hernehmen. Ich nehme aber einfach mal den Bildschirm her und starte dazu die App. Ausschneiden, Skizzieren. Hier sage ich Neu. Jetzt wird das Ganze etwas dunkelgrau. Ich habe einen Cursor bekommen. Einen großen, fange in der linken oberen Ecke mal an. Halt die linke Maustaste gedrückt. Ziehe das Ganze nach unten. Lass die Maustaste wieder los. Genau. Dann geht die App auf. Und dieser Bildschirminhalt, wo vorher meine Maus entsprechend das Fenster aufgezogen hat, da habe ich jetzt diesen Bildschirminhalt. Wenn ich den so unverändert verwenden möchte, dann klicke ich hier einfach auf Kopieren. Ich könnte natürlich auch speichern und dann anders in mein Programm übertragen. Also ich könnte dann hier sagen, Einfügen, Bilder, dieses Gerät. Aber am schnellsten war das Kopieren. Und hier habe ich die Schaltfläche Einfügen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann habe ich das Bild hier drin in meiner Tabelle. Es ist ein bisschen groß, darum klicke ich nochmal auf das Bild drauf. Und an den Ziehpunkten kann ich das Bild entsprechend verkleinern. Gut. Das war also der erste Schritt. Word starten. Natürlich ist jetzt auch meine Tabelle schon drin. So. Der nächste Punkt ist, dass man ja hier hinklicken muss. So. Das Bild habe ich hier noch abgespeichert. Und ich kann das entsprechend jetzt verändern. Ich kann jetzt hergehen und mir einen Stift aussuchen. Am besten eine Farbe, die man gut sieht. Rot. Ich kann auch die Strichstärke von dem Stift entsprechend einstellen. Und dann kann ich hier einen Kreis drumherum ziehen, um darauf hinzuweisen, dass man an dieser Stelle hinklicken soll, um in das Menü zu kommen. So. Das Drumherum brauche ich eigentlich nicht. Ich kann also das Bild auch ein bisschen zuschneiden. Ein bisschen kleiner machen. Hier nimmt man einfach die Ziehpunkte. Zieht es ein bisschen kleiner. Und dann wird es automatisch, wenn ich jetzt auf das Häkchen hier klicke, wird das Drumherum weggeschnitten. Ich könnte natürlich hier noch andere Stifte hernehmen. Die sieht man allerdings nicht so gut. Was natürlich einen Vorteil hätte, wenn man was anders macht. Radiergummi kann ich jetzt wieder wegmachen. Oder mit so einem Marker könnte ich zum Beispiel arbeiten. Den gibt es auch in verschiedene Farben. Möchte ich aber auch nicht. Radiergummi. Dann hätte ich noch die Möglichkeit, mit dem Lineal zu arbeiten. Das kann ich mit dem Mausrad drehen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und ein Pfeil zeichnen. Wenn ich jetzt also hier noch hergehe, wieder zurück, dann kriege ich da sogar einen schönen Pfeil hin. So. Das Ganze kopiere ich mir wieder. Minimiere das Ganze. Und das ist dann mein nächstes Bild. Ich verändere wieder die Größe hier. Und ja, hier steht schon hier klicken. Und als letztes, die Tabelle muss sich erweitern. Entweder klicke ich hierher und schalte einmal nach unten mit Return. Oder ich mache das Ganze über die Layout-Funktion und sage hier darunter einfügen. Dann habe ich auch nochmal eine Zeile zusätzlich. Das ist dann die Nummer 3. Und da stelle ich jetzt dar, dass das Menü offen ist. Das mache ich also so, indem ich hier draufklicke. Das Menü ist offen. Klicke ich nochmal hier auf Ausschneiden, Skizzieren. Ich sage Neu. Dann mache ich wieder, ja, machen wir ein bisschen kleiner. Das andere ist ja nicht wichtig jetzt. Jetzt geht es ja um dieses Menü. Dann habe ich das hier drin. Das Lineal, das tun wir wieder weg. Und ich kann das wieder kopieren und schließen. So, das muss ich hier auch schließen, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Wieder etwas verkleinern. So. Und dann kann man weiter, weitere Formate auswählen. Okay. Aber es wurde schon in der ersten Woche versuchiert. Yeah. Vielen Dank.